Hallöchen Leute herzlichen Willkommen wieder bei nächster Episode von Borderlands 2 Hier der Peter und wir spielen Ihr Runde 4 Spaß am Seite Wie das bin ich wieder Oder Was? Achso ich hab schon geschaltet lol Ich denke hä wieso kann ich die Mission nicht an? Ich hab schon angenommen Das war kein Peter, das war's Ich, euer Sachs Und wir spielen weiter Keine Sorge das war kein Peter von Pizze mehr Das war's Drei Zwei Was? Ist das all fucking ernst? Genau zu solchen mit dem ersten Gesetz Und was ist das für das erste Gesetz? Egal, wir haben Ballen rum Wut the fuck Ja ist guuuuut Die sind da Oh lol Alter Alter Ich hab Muni so wahrscheinlich geklappt Alter, ich bin so unruppig Das war's Das war's was? Wow. Oh, das hat gesessen. Alter, fick dich! So, jetzt. Meine Güte. Was? Zucker, ja. Oh. Oh. Boah, meine Güte. Och nein, nein, fick dich. Oh, das war knapp. Wow. Oh. Gib auf. Oh, lol. Das war so ein Glück. Ich liebe noch. Nicht der, schon wieder. Ja. Oh, ich liebe es. Was? Jetzt muss ich schnell nachladen. Puh. Kurz Pause. Nein. So kurze darf ich nicht haben. Mach die Platz. Gib mir Macht. Jawohl. Jawohl. Vielleicht hast du das gemacht. Mit diesen einmal hast du was richtig gemacht. Ne, Spaß. Wir halten mir sehr. Wo sind die? Ja, gut. Ich hab das gesagt, wenn ich gegen dich kämpfe. Nö. Ja, du bist gut. Haha. Nächste. die Nein, ich habe keinen Mut mehr. Ich habe keinen Mut mehr. Nein! Fuck! Nein! Nein, bitte nicht! Alter, nee! Das kann nicht sein! Ich habe gedacht, überlebe ich das ziemlich gut, aber nee. Das ist immer schlimmer. Die Hyperion Corporation, wir sterben erst bei der Sache. Hm, nochmal. Das ist ein guter Tag voller Möglichkeiten. Du bist ein Millions der Kunde, dass dir das nicht zum Kopf steigt. Ah, das noch. Bitte. Immer gern. So, wir haben ein paar neue Waffenchen. Schauen wir mal. Mit Schrott ist irgendwas interessantes. Nein, sieht nicht so aus. Aber Sniper habe ich gesehen. Oh! Und das ist ein bisschen nicht so genau. Aber voll. Warte. Habe ich gesehen, das ist ein größtes Feuerrad. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, das ist schon wieder diese fucking kacke Waffe. So, Schild einzeln, gell? Aber wenn ich zähle, drei Schüsse aneinander. Ich kann mir Arsch lecken. Solche Sniper hasse ich. Dann lieber nehme ich die andere. Oh, vom Basiker auf. Äh, was ich mich will. Schauen. Schauen. Die ist stärker. Okay. Da muss ich jetzt die ganze... Vier Schuss, hier war es, vier Schuss schüsse ich. Okay. Hmmmm. Ne Leute. Ich habe keinen Bock mehr. Machen wir eng mal ein anderes Mal. Das war's Leute. Sollte, das ist aber nicht bestanden. Ja, aber sehen wir uns. Nächstes Mal. Ciao. Auf Wiedersehen judgement.